Komm her Popel. Ja klar, du schmeißt genau, du schmeißt deine Flaschen genau zum Teleporter, ne? Okay. Das heißt, ich muss erst den Kollegen da wegkriegen. Ah! Okay, dann, äh, da ist auch noch so ein Kollege, den ich erst wegkriegen muss, bevor, okay. Muss ich mich hier ganz, ganz vorsichtig... Ist hier eigentlich noch was? Nee, ne? Ah, da ist noch was. Habe ich da noch dran? Biotid. Oh, falsche Tasten. Äh, ich wollte hier wechseln, guck mal. Genau, genau. Man soll sich ja nicht nach unten graben eigentlich, aber... Oha, ich habe gerade nach unten geguckt und hier ist ein TNT-Fass. Okay. Da würde ich jetzt folgendes Vorgehen machen, äh, äh, in Anlauf nehmen. Das ist nicht passiert. Jetzt hat es den, jetzt hat es den genau zu dem Teleporter katapultiert. Ich brech ins Essen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Man. Ach. Das ist doch nicht wahr. Muss da auch noch reingehen. Hier, muss ich auch noch rein. Okay, aber ich sehe ja fast nichts mehr. Das ist das natürlich nicht mehr. Aber ich sehe, es hilft es heilt die Be Arrow. Das Problem ist, das TNT-Fass stört mich. An dieser Stelle. Kriege ich das so weg? Das kriege ich so weg. Gut. Okay, jetzt muss ich aber erstmal hier raus und wieder ein bisschen Licht auftanken. Und wieder rein. Und schon sehen wir wieder ein bisschen mehr. Okay, die Pilze sind super. Wenn man sie brauchen könnte. Okay, warte mal. Boink, boink, boink. So. Ich komme auf jeden Fall wieder schneller und wieder nach oben. So. 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 Nee, das grabe ich mal noch nicht aus. Ich weiß nicht, was da unten ist, aber. Ah. Weiß ich, was hier unten ist. Nichts. Jetzt muss ich da hoch und muss mich runtergraben. So. Da steht jetzt genau neben dem Pilz, ne? Das ist nicht passiert. Das ist doch echt Mobbing. Das ist doch echt Mobbing. Das Spiel, das Spiel muss mich unglaublich hassen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Okay, die haben sich selbst weggesprengt. Die haben sich selbst weggesprengt. Den hat es gleich mit weggerissen. Alter, Pinne. Hier sind Boinkie-Boinkie-Federn. Okay. Ich gehe jetzt mal verkaufen. Diese neuen Mineralien tun dem Wachstum der Stadt sicher gut. Und ich lese jetzt einfach mal, was da steht, ne? Kaufst du nun was oder nicht? Nö, das nicht. Das nicht. Davon arbeitet ich auf jeden Fall. Und. Mehr brauche ich nicht. Ach, der Druckhalter ist weniger Wasserverbrauch für Sprünge. Okay. Aber wenn ich meinen Tank verbessere und größer mache, brauche ich das ja nicht, oder? Platin-Picke? Brauche ich aber erst noch zwei mehr Dingsi-Bumsis. Aber da ich hier immer wieder knallhart auf die Nase kriege, würde ich die Rüstung auf jeden Fall nehmen. So. Okay, komm, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich weiß, die erste Zeit habe ich mich gedrückt. Mist. Wow. Okay. Hop. Uh-huh. so ich bin einfach mal hinterher gesprungen dass sollte mir jetzt nicht entgehen gut ich glaube das war es mehr gibt es hier nicht aber gut ob wir noch irgendwo am rand ärze sind hier war ja das totale chaos wo ihr alles jeden weg gesprengt hat ich denke das hier wird meine linie die ich abgrabe weil das ist ja auch so eine zwischenlinie vom level also man oben auf die map guckt ist das hier abgetrennt so ein bisschen wenn die auf der map hier so die stage abtrennen dann wird das auch eine gute trennlinie für mich sein denke ich das ist ja perfekt guck mal das ist der stein noch eine etage weiter unten tuff 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 so ja ich grabe mich gerade hier so ein bisschen auf der ebene fest aber da ich ja sowieso ein teleporter in der tasche habe das ist ja gar kein tü ma so 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 dann kam aus vorher ein paar steinchen obsidian bioteat und ich brauche licht puff weiss dass ich licht brauche einen moment wenn wir schon mal oben sind verkaufen wir gleich vielleicht reicht es ja ja schön dass ich es freigeschaltet habe aber ich kann es mir ja noch nicht kaufen könnte die platin picke kaufen oder die dicke rüstung oder einen größeren tank ich glaube ich brauche den tank hier heißt es übrigens nur kugeln so dann machen wir auch mal unsere gesundheit wieder voll eine lampe kann man auch mitnehmen so 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 so